Hallo zusammen, Thomas hier, weiterhin aus Cornwall. Selbst wenn ihr so wie ich Landschaftsfotograf seid oder auch im Wesentlichen wegen der Landschaftsfotografie hier vielleicht nach Cornwall gefahren seid, ihr solltet euch auf jeden Fall genügend Zeit einplanen, nicht nur am Meer an den schönen Stränden rumzulaufen und zu fotografieren, sondern nehmt euch unbedingt auch Zeit, um auch in diesen schönen kleinen pittoresken Fischerdörfern hier rumzulaufen. Wobei manche Fischerdörfer sind schon ein bisschen größer, beispielsweise ich bin heute hier in St. Ives und das ist schon ein bisschen größer, sogar die Tate Gallery aus London hat hier eine eigene Galerie. Das ist also schon ein Markenzeichen, dass es hier also nicht mehr ganz so beschaulich zugeht. Und das ist dann auch gerade der Trick, geht vor allen Dingen natürlich erstmal diese ganzen Hauptstraßen, wo die ganzen Touristen langziehen, aber nehmt euch genügend Zeit, um vor allen Dingen auch so die kleinen Seitengassen zu gehen. Da ist es dann ganz hilfreich, eine gute Karte dabei zu haben, wahlweise mit Google Maps durch die Gegend zu laufen oder ihr besorgt euch vorher auf jeden Fall eine Karte, dass er euch dann nachher nicht verlauft. Und dann geht wirklich kreuz und quer in die kleinen Gassen. Hier zum Beispiel hier sowas, was ich jetzt gerade gefunden habe, so ein kleiner innerstädtischer Garten, beziehungsweise so ein Garten, der so mitten hier an so einer kleinen Gasse liegt und wirklich super beschaulich, so eine kleine grüne Oase mittendrin. Also das sind so Sachen, die lohnen sich auf jeden Fall und für sowas solltet ihr euch unbedingt Zeit nehmen. Und wenn ihr gerade in diesen Fischerhörtchen auch mal so ein bisschen Reisefotografie macht, dann guckt auf jeden Fall viel links und rechts, bleibt unheimlich viel stehen, dreht euch um, um vor allen Dingen auch mal nach ein paar ungewöhnlichen Perspektiven und Motiven zu suchen. Diese Main-Street-Dinger hier so auf den Gassen, wo die ganzen Touristen rumlaufen, die sind natürlich schon tausendmal fotografiert, schön sind die natürlich trotzdem, keine Frage, aber versucht auch mal so ein paar eigene Bilder zu machen. Ich habe hier zum Beispiel hier so eine kleine Luke gefunden, so einen kleinen Durchblick hier, links und rechts ein Haus und dann eben so ein paar Palmen, die da vorne stehen und dann eben hier so ein Anschnitt von dem kleinen innerstädtischen Strand mit so ein paar Fischerbooten, beziehungsweise, naja, Fischerboote sind das jetzt weniger, also mehr Motorboote und dann eben so am Hang oben ein Stück hier von dem ganzen Ort. Also nehmt euch für sowas ganz viel Zeit, lasst euch einfach mal ein bisschen treiben, bleibt stehen, guckt links und rechts und dann findet ihr nicht nur den Mainstream, sondern ihr findet auch eigene, ganz neue und schöne, spannende Motive. Wenn ihr dann Motive habt, die ihr frontal fotografieren wollt, wie zum Beispiel diese Tür hinter mir oder auch Fenster, die ihr vielleicht von unten nach oben ein bisschen fotografieren müsst, dann achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr mit Bildpuffer fotografiert, also dass ihr ausreichend Platz links und rechts um euer eigentliches Motiv habt, damit ihr dann später in der Bildbearbeitung dieses Angekippte, dieses leicht Schiefe, dieses leicht Verzogene durch eben diese Perspektive, wo man leicht von unten schräg nach oben fotografiert hat, auf jeden Fall korrigieren könnt und damit das dann nachher im fertigen Bild schön gerade und schön plan aussieht. Im Gegensatz zur Landschaftsfotografie, wo wir in den meisten Fällen die Möglichkeiten haben, weiter links, weiter rechts, weiter nach vorne, weiter nach hinten zu gehen, um unser Motiv perfekt in Szene zu setzen und vor allen Dingen auch, um Dinge auszublenden, die eben nicht drin sein sollen. Genau das Gleiche ist natürlich hier auch ganz wichtig, wenngleich wir natürlich hier in so einem Ort durchaus eingeschränkte Möglichkeiten haben, das zu tun. Aber es ist natürlich genauso wichtig, damit wirklich das eigentliche Motiv, das, was ihr dem Betrachter wirklich zeigen wollt, auf jeden Fall auch super rüberkommt. Ich stehe jetzt hier an so einer kleinen Steintreppe, hier so ein Hausaufgang und was mir hier gefallen hat, sind diese ganzen grünen Pflanzen, die da stehen. Finde ich also klasse. Ich kann das natürlich jetzt so fotografieren, dass ich die ganze Treppe mit dem Geländer, was auch durchaus nicht schlecht ist, weil es so rot und rostig ist, ich kann das Geländer mit fotografieren. Das führt aber dazu, dass ich so einen Anstieg von der Straße habe und vor allem diese wunderschönen grünen Mülltonnen. Und genau die möchte ich nicht im Bild haben. Und deswegen, und das zeige ich euch jetzt mal in diesen beiden Vergleichsaufnahmen, habe ich eine Aufnahme gemacht und das wäre mein Favorit, wo ich wirklich nur diesen Stück von dieser Steintreppe, also einen Ausschnitt aus der Steintreppe, mit diesen Blumenkübeln und den grünen Pflanzen darin fotografiert habe. Das ist genau das, was für mich eigentlich diese Szene ausmacht. Diese alte Steintreppe, ja, auch schon ein bisschen kaputt. Und dann eben diese grünen Pflanzen, die so richtig für jede Stufe steht da mindestens eine. Und das ist eigentlich so diese schöne Szene, die ich ganz wichtig finde. Ich opfere das Geländer, aber ich habe dann die Mülltonnen nicht drin. Also es ist ganz wichtig, dass ihr euch genau überlegt, was wollt ihr wirklich fotografieren und wirklich alles aus dem Bild rauslassen, was wirklich nicht unbedingt dazu beiträgt oder sogar wirklich das Bild stört. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Natürlich kann man nicht nur in St. Ives wunderbare Fotos machen von diesen pittoresken Gassen und von diesen kleinen Hauseingängen und von diesen ganz kleinen Tiny-Dingens, sondern hier gibt es gerade in Cornwall an der Küste gibt es ganz, ganz viele wunderschöne, ganz beschauliche kleine Fischerörtchen, kleine beschauliche Städtchen, die sich wirklich alle gleichermaßen fotografisch lohnen. Und wenn ihr wissen wollt und wenn ihr Lust habt, mit nach Cornwall zu kommen und wenn ihr wissen wollt, welche man ganz besonders gut fotografieren kann und wo es sich lohnt, vor allen Dingen ohne diese Menschenmassen, die jetzt hier durch ganz den Alps strömen, dann kommt mit nächstes Jahr auf meine Fotoreise nach Cornwall. Ihr habt es ja eben schon gesehen, 8. bis 15. September 2018. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und empfehlt mich weiter. Und abonniert ROR TV, dann seid ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal auf diesem Sender.